Milliarden geben alleine die Bundesbürger jährlich für Urlauber aus. Leider kommt davon in der Regel nichts bei denen im Urlaubsland an, die es am dringendsten nötig hätten, den Ärmsten. Billionen werden angelegt, investiert oder zu Niedrigszinsen angespart. Alles Gelder, mit denen man sinnvolle und nachhaltige Projekte über Help & Smile finanzieren könnte, die den Bedürftigen eine Existenz und somit eine bessere Zukunft und dem Anleger obendrein stattliche Renditen bieten. Help & Smile ist ein völlig neuer Ansatz im gezielten Kampf gegen Armut. Eine Mischung zwischen Hilfsorganisation und sozialem Unternehmertum für Einheimische wie Anleger. Helfen und beiderseitiges Lächeln erzeugen, das ist unsere Basisdevise. Getreu dem Prinzip von Maria Montessori, hilf mir, es selbst zu tun. Durch Help & Smile entsteht einerseits immer in der Nähe des ausgewählten Projektortes ein Urlaubsressort, um die Grundversorgung zu sichern und Arbeitsplätze zu schaffen. Andererseits bauen wir zusammen mit den Einheimischen und den Anlegern Existenzen auf und begleiten diese. Help & Smile partizipiert daran auch, um damit wieder neue fundierte Hilfsprojekte zu finanzieren. Mit dem Kauf eines 3172 Quadratmeter großen Grundstücks an der Südostküste startete das erste Hilfs- und Basisprojekt Anfang 2014 in Sri Lanka, der Perle des Indischen Ozeans. Hier litten die Menschen jahrelang unter einem grausamen Bürgerkrieg und den verheerenden Folgen eines gewaltigen Tsunamis. Seit 8.01.2015 ist die vielseitige Trauminsel nun wieder in weltoffeneren, demokratischeren Händen. Internationale Investitionen sind gerade jetzt dringend notwendig, sinnvoll und obendrein sehr gut akkusiert. Help & Smile ist seit Januar 2015 sehr breit gefächert aufgestellt und bietet kleinen wie Großanlegern eine Vielzahl an risikofreien und renditestarken Anlagemöglichkeiten bis hin zum Return of Invest in 5 bis 8 Jahren, abhängig davon, wie schnell der entsprechende Investmentpool aufgefüllt ist. Jedem Interessenten bieten sich drei Varianten, entweder Enjoy – Urlaub genießen für den Gegenwert Ihrer Geldanlage in einem unserer Ressorts oder Invest – garantierte Renditen je nach Anlagezeit zwischen 6 und 10% pro Jahr und Partner für Langzeitbeteiligungen an speziellen Help & Smile Teilprojekten. Ob in bestehende eigene Kokosnussplantagen, in neue oder bereits teilausgebaute Help & Smile Urlaubsanlagen oder in gezielte Existenzprojekte mit Einheimischen – Ihre Investitionen helfen sofort und direkt und erzeugen auf allen Seiten ein breites Lächeln. Deswegen – Let's Help & Smile! 1 2 3 4 3 3 4 Aros 4 5 4 7 5 6 5 5 M